Ich hoffe ja wirklich, dass mich überhaupt noch jemand ernst nimmt, nachdem ich hier ein Tutorial von der Toilette aus mache. Aber ich bin jetzt hier nicht auf der Toilette, sondern in unserer Location. Und das ist ein ganz kleiner, aber feiner, naja, doch ein großer Unterschied. Was kann ich sagen? Das ist so ein bisschen ein Bonus-Video, ein Bonus-Erklär-Video, weil wir hier ein Bonus-Bild machen. Wir kamen jetzt am Abschluss dieser ganzen Fotos, die wir für den Kalender gemacht haben, auf eine blöde Idee. Und zwar, einfach mal in der Dusche zu fotografieren. Und das ist natürlich mit ein bisschen Risiko verbunden. Die Mittelformat-Kamera und den Ringblitz in die Dusche, in eine Dusche mit einem sich duschenden Model. Aber kann natürlich extrem geniale Bilder geben. Ringblitz aus einem ganz einfachen Grund. In der Dusche kann man echt kein Stativ aufbauen. Also es war kaum Platz, um das ich da allein stehen konnte. Die großen Blitze, die fand ich jetzt auch nicht so wirklich passend. Und den Ringblitz, der kann man halt kompakt an die Kamera befestigen. Und mit Blitz und Kamera sehr kompakt fotografieren. 55 Millimeter, das hat gerade so gereicht, um den Oberkörper von Verena drauf zu bekommen. Daran sieht man mal, wie eng das Ganze in der Dusche ist. Ich meine, das ist eine normale Dusche, 80 Zentimeter breit, einen Meter vielleicht tief. Aber trotzdem, es ist extrem interessant. Man sieht es bei mir vielleicht schon hier auf der Seite. Dieses Bauart hier im 25 Hours Hotel ist natürlich wahnsinnig genial. Diese bunten Kacheln. Wir haben verschiedene Outfits probiert. Von schwarz, ein bisschen wet-lookartiger über pink, also richtig knallig. Bis hin zu einem wirklichen Bade-Bikini, der auch so ein bisschen in so einem Magenta-Pastellton gefärbt war. Also wir haben einfach versucht zu spielen, wir haben versucht zu experimentieren, wir haben einfach nur fotografiert mit mehr oder minder gutem Erfolg. Denn irgendwann war dann die Dusche so angeschlagen und so viel Dampf da drin, dass ich dann gar nichts mehr richtig sehen konnte. Es ist einfach nur Spaß am Ende gewesen. Aber vielleicht schafft es dieses Foto ja in den Kalender. Wir müssen noch ein bisschen gucken, ob das vielleicht nicht doch zu anders ist. Also zu komplett anders. Aber vielleicht ist es ja irgendwie so ein Juli-Sommer-Bild. Naja, müssen wir groß angucken. Blende 8 ist es geworden bei ISO 50. Der Generator hat ungefähr so 400-500 Watt gebraucht, um den Ringblitz damit zu befeuern. Und da kann man richtig schön schnell fotografieren. Beim Ringblitz ist wichtig, dass man auch mal absichtlich unter- und überbelichtet. Also spielt ein bisschen mit der Leistung. Es gibt nämlich nicht nur das Richtige beim Ringblitz, sondern es gibt überbelichtet. Es gibt einen richtigen, knalligen Weiß-Effekt der Haut. Es gibt unterbelichtet, was dann so einen schönen Braunton, so eine richtig schöne Farbdynamik erzeugt. 500 Verschlusszeit. Also auch die Wassertropfen sollten relativ starr sein. Hätten noch ein bisschen höher fahren können an der Facephone, bis auf 1600. Aber brauchen wir jetzt auch nicht in der Hinsicht. Das passt alles wunderbar. So, was gibt es großartig zu sagen, außer probiert einfach auf verrückte Ideen zu kommen. Verrückt, ja, in der Dusche fotografieren. Der eine ist verrückt, für den anderen ist es langweilig. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Denn die ganzen Gegebenheiten, die Enge, das Wasser und so weiter und so fort, ist natürlich auch kritisch für das Modell. Ihr müsst viele Fotos machen, weil das Modell öfters Wasser ins Auge bekommt. Dann eine Blinzelreaktion entwickelt und auch ganz, total schnell, haarscharf die Augen zumacht, ohne dass man es wirklich kontrollieren kann. Bilder, Bilder, Bilder sind extrem wichtig in solchen kritischen Situationen. Und damit würde ich sagen, gucken wir uns doch jetzt einfach mal ein Bild an. Also vielleicht auch drei von den drei Outfits. Das ist doch dort eine Bilas. Und das ist doch wichtig. il fünf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020